und morgen und kommen zu einer weiteren folge von fünf an ein alt war ja haben jetzt unsere podeste fertig und das haben wir schon ein bisschen am weiter bauen auch noch bald mal wieder regnet eine schöne vogelhäuschen gebaut da kriegen wir irgendwann federn raus meint der tobi ich besorgen gesehen das geht nicht mal wir haben einen garten gepflanzt wir haben einen garten gepflanzt was den garten ich kann auch mal meine gärten ich würde sagen schlafen wäre ich glaube eine option oder fehlt noch ein kleines äckchen und wasser drin ich würde sagen die anderen lassen wir trotzdem da hinten stehen und die reißen wir nicht ab weil wir haben immer zu wenig wasser ja also schlafen geht noch nicht dass du dann einen kleinen moment dauert das wohl noch ich wissen wie lange das noch dauert jetzt noch etwas rausreißen aus dem geht hier wird immer noch nicht weg packen dann ruhig noch einmal die dies ich geh wieder rein ich geh wieder rein das war so leise draußen denke ich hätte noch mal stamm holen wir haben gäste wir haben essen ja ich hab schon mal der ist schon tot jetzt habe ich das bein abgab ja wir müssen ja auch wieder ein bisschen was oh das war der kopf aber das war mein kopf immer durch die gegen fliegen schlag ist ja mike weil er zwischendurch rennt kolateralschaden genau passiert was kleines hier bei euch den filter die auch umstellen ja kann ich wo sowas ist gestellt ich hab ja gleich aber ich hab noch baum schon gefunden irgendwie will ich es auch gar nicht umstellen ja ich würde sagen das ist halt nicht so du es ist schon dunkel aber man sieht halt noch was da ist kein wasser mehr da ist kein wasser mehr da auch nicht da auch nicht das super oder steht ja noch im haus jetzt geht es geht da wollen wir dann eben alle noch mal eine runde pennen juhu 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 ja auch für sie sind der überall einmal speichern ach! geschlafen! kikiri kiii!! wo ist der an? ich bring ihn an! oh ja ja, ist da jetzt mal ein Föhlen hier drin der kann unendoll sein auch federn ja ich auch gewitter es ist mein kürziger mein kürziger mal kohle 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 kopf hier sind wasser 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 wenn man da jetzt schon mal was er so da drin und mehr regnen hat der krater sein gefahren doch ich glaube 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 ich gibt jetzt mal eben eine oder klein klein hat er nicht sicher ich helfe dir ja verdammt gar nicht durch die falle laufen fand immer das selbe problem sowas 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 hast du was im gesicht eine flausche katze ja in einem baumstamm ja inklusive fleisch katze also der garten die hätten dahinter vielleicht nur eine wand bauen sollen ja 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 nicht dass hier noch eine rotte fällt haben wir ja auch schon gemacht irgendwie so aber das schöne ist wenn du stürzt du stürzt fett ist sicher was das schöne ist wenn du stürzt dann fällst du nicht runter was ich hab dir gerade also ich wollte eigentlich sagen wenn du runterfällst stürzt du nicht alter was war das denn für ein schrei da ist ne direkt unter dem garten wenn du runterfällst da sind fälle war das widerlich ja oh ja ja das stimmt doch das stimmt doch das ist dann halt so natürlich ja auch die falle jetzt eigentlich so gebaut dass wir da nicht mehr raus kommen mit dem wagen oder geht das habe ich mich eben auch schon gefragt was wie die falle da steht wenn man auch mit dem wagen wieder rauskommt da hinten ist schon wieder also so in die richtung wo ich gucke ja da ist Kalli ja auch Kallis richtung sozusagen Kalli ja da eins zwei also die sind Kalli sehe ich und drei Leute die um ihn rumlaufen Kalli lässt sich ja auch überhaupt nicht irritieren ne ja wieso hat denn der CDs oben ist das doof wieso hat denn der CDs oben ist das doof wieso das ist der Mix vom Wochenende drauf ja das ist der DJ wow hey DJ lasst mich lasst mich ja was weißt du denn da unten so gogen drum hm komm also die Tür um ne ja das sah gerade aus als wenn er die Tür zum Wasser wieder rausläuft ja ja das ist der große Arsch ha ha ich hab meinen Stockzaun gesetzt ne ja du hier brauchst du ja kein hinsetzen bei dem Haus oder ha 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 oder wollen wir das Haus hier nur abreißen so hörni das kann auch weg für praktisch aber hm so wieso das Haus oder der Zaun nee ich weiß auch noch nie ha 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 Der ZD-Mann steckt in der Falle. Also der Zaun, da müssen wir von der Fütze. Ja, das ist schon richtig. Aber den hier beim Haus müssen wir ja keinen haben. Nee, den hat er automatisch gesetzt. Dann nehmen wir die beiden Elemente weg. Weil wenn du das da hin machst, dann nimmt der halt die Umrandung von der Plattform. Ah. Oh, was ist das hier? Also der eine Olaf kommt gerade auf dich zu, der ist vom Baum gesprungen. Das ist ja was. Ja, jeder machen würde. Alter, wie wär's mit Kür zu? So. Aha. Olaf bringt's schon wieder Essen. Ja, ne. Wohl doch. Muss ich dir noch zertacken. Riki-Lager ist dann wieder leer. Hm. Wow. Wer kann das Riki-Lager leer machen? Ja, da wirst du schon mal den ganzen Teil vom Zaun fertig. Hey. Hallo, hol den Arm hin. Ja, in die Richtung ist schon... Häng dich beim nächsten Mal direkt selbst auf sonst. Ah, ne, das ist ja schon richtig das Fleisch. Ist dir sicher? Was? Nein, das was ich noch im... Ich brenne. 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 Oh, ich hab hier mal mit reingebracht. Hilfe. Ich komm Also sonst ist es immer zu blöd in die Tür zu gehen Aber diesmal ist die andere Tür nicht gegangen Komm auf die du Was laufs dir? Ich kann immer noch Federn Ich kann dir drei Stück geben Nein, dann müssen wir mal Hallo, was brauchen wir noch? Besonderheitsmischung Energiemischung Also Aloe Vera und Marigold und Grundflor ist halt Medizin Plus Regeneriert dann noch ein bisschen mehr Dann kann ich machst dir eine Wachstumstanz oder was? Ich sehe ja Aber sind die Sachen, wo man eh drücken kann, nicht fertig? Ich wäre es noch nicht Jein Nee, du kannst auch frisches wieder abnehmen Du musst auch gucken, wenn die so ein bisschen dunkler gefärbt sind, dann sind die meistens gut Das mit dem Und das geht jetzt wieder endlich Dann bin ich in die Medizin hingestellt Ok, das hat mich auch in die Alpappen Wie lustig rein theoretisch müssen gehen kann man jetzt wieder rausgehen auch immer schon wieder macht man hier wieder drauf ich bin auch gleich dumm das ist nichts neues das jetzt ein löst sich zum zweiten mal die falle hintereinander aus weil ich sie gerade wieder regeneriert so jetzt aber ja ich habe den körper halt aufheben wollte er auf der falle lag ich hätte nicht vorher abnehmen sollen ja wenn du das hinkrieg sagt mir wie es geht ja oder halt nach hinten weg gehen du darfst ja nur nicht über den dings laufen eigentlich noch mal wenzel was denn ja klar ich bin zwar alt aber nicht dumm aber dann bist du immer was macht man mit dem man einmal gemobbt nie mehr gestoppt wir fallen jetzt nein das ist ein lurch bleibt jetzt hier blöde jetzt bist du Can't carry any more rocks. Aber das rappt ja gar nicht. Aber wo kommt ihr denn schon wieder her? Hast du schon wieder noch Spielgefährten? Schon wieder drei Stück. Könnt ihr mal aufhören? Gibt's ja irgendwie was und sonst? Ich hab jetzt einen Vogel tötet und krieg trotzdem keine Feder. Ich hab hier schon wieder Besuch. Ja, hallo. Ja, da war ich ja eben. Ich hab gesagt, da sind schon wieder drei Stück. Die eine ist eben durch die Mauer gesprungen. Nee, sitzt auf der Mauer. Auf der Mauer sitzt du keine Wand. Das hört sich an wie... Ja. Na komm mal her. Oh, zack. Einer muss die Falte noch aufbauen. Hast du nur ein Stiggy? Ja, ich kann. Die hat Angst vor Feuer. Ist ja langweilig. Ich hab hier ein blödes Ding gesucht. Das war... Ich glaub, der ist schon drückt. Irgendwo sind hier aber noch zwei. Ah, oder mehr. Das klang grad noch. Komisch. Das klingt nicht gesund. Das klingt nicht gesund. Nee. So. Na ja, den lurch aufhören. Ey, du blöder Vogel. Bleib mal stehen. Richtig. Nicht sicher. Ja, ja. Hä? Na ja, Wenzel. Direkt vor der Tür, ne? Was? Ich hab geliefert. Wow. Ich hab geliefert. Alles steig. Dass du das denn hier hochkriegst. Der rückwärts ein bisschen auf der Treppe hin und her gezogen. Dann kannst du das auch ziehen. Mein Name. Dann bau ich mal noch einen Stockenlager. Ähm, Knochenlager. Ja, das glaub ich voll. Das ist voll, ja. Wie. 21 CDs brauche ich dafür. Meine Güte. Du rums, rums. Das können wir ja eigentlich auch schon woanders anbauen. Äh. Au. Ja. Ja. Wau mal hier unten hin. Alter. Ich geh rein und krieg ganz viele Baumstämme in der Fresse. Ja, frag dich mal warum. Ja. Was hast du denn wieder gemacht? Ja. Ja. Ich kann nur, dass die da das Knochenlager nicht fertig bauen, weil ich hab keine Citys. Fert windig. Aber, ähm, ja. Wir machen dann in der nächsten Folge weiter. Ich sag wie immer, bis dahin vielen Dank fürs Zuschauen. Und mal adi bleiben. Ciao. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Tschüss.